Ich wollte gerade fragen, kommt das wie bei allem auf die Länge an oder kann man auch aus ganz kurzem Länge etwas schütteln? Man kann auch aus kurzem Länge etwas schütteln. Also das ist ja jetzt nicht sehr extravagant. Ja, das ist ja auch richtig. Es riecht mittlerweile auch so ein bisschen wie nach Pharmak-Teilung von Baumarkt. Machst du es auch deswegen, weil man ein bisschen heil wird dabei? Es riecht mittlerweile nicht mehr gut, aber ich bin schon. Ich mache das ja jetzt schon seit 20 Jahren. Ich liebe diese Länge. Zum Schluss doch ein Tipp. Was ist denn der beste Schrift, wenn man schöne Nägel hat? Was kann man zuhause am schnellsten machen? Wie zum Beispiel jetzt bei 10, jetzt als Zahnseide. Was macht du beim Nägel am besten jeden Tag? Jeden Tag nach dem Duschen mit dem Handtuch über die Nagelhaut hin, bis es dem Handtuch die Haut ins Schieb. Und dann rein. Vielen Dank an die Amtige und Rebecca und der Nachricht seit Silvia Müller. Dankeschön. Kann ich jetzt gleich rausgehen? Fahr auf die Fresse. Oder mit uns, weil ich noch rausgehe, aber das ist ja da. Da brauchst du nicht rausgehen. Der ist gut.